Morgen ist es soweit. Morgen ist Landtagswahl bei euch in Bayern. Und ich bitte gerade euch Jüngere, geht zur Wahl, gebt eure Stimme ab. Denkt an die Entscheidung über den Brexit in Großbritannien. Viele Jüngere haben nicht abgestimmt, weil sie dachten, es läuft von alleine und der Brexit kam. In den USA sind viele nicht wählen gegangen, weil sie dachten, Trump wird schon nicht Präsident. Und er wurde doch Präsident. Deshalb lasst euch eure Stimme nicht von anderen wegnehmen. Geht zur Wahl, stimmt ab für bezahlbaren Wohnraum, für gebührenfreie Bildung und für klare Kante gegen rechts. Ich habe Natascha Kohn und die Bayern-SPD in den letzten Wochen viel begleitet. Und ich kann euch sagen, die Stimme ist für dieses Programm bei Natascha und bei der bayerischen SPD gut aufgehoben. Ich bitte euch morgen um eure Unterstützung für die bayerische SPD und für Natascha Kohn für Menschlichkeit und Anstand in unserer Gesellschaft.